hey liebe lost place und bushcrafting freunde herzlich willkommen in unserem camp man sieht da nur deinen kopf willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal ja wir lassen uns hier ganz gut gehen lassen uns mal hängen wir lassen uns hier hängen genau wir hatten da hinten schon angefangen eine bank zu bauen an der feuerstelle aber die hängematte und der blick auf den see ist verlockender als da irgendwas zu bauen irgendwelche leute die vorher mal hier waren haben da so eine plane liegen gelassen ich denke mal so vier mal vier meter so eine bauplane eine grüne vielleicht können wir die gleich ein bisschen abzeichnen und daraus ja so ein gruppen shelter bauen so hier ist der versprochene blick auf den see ist das nicht toll man sieht ja zwischendurch mal so vögel vorbeifliegen die sonne wird gleich hier hinten untergehen ungefähr dort einfach nur toll wunderschön kein autolärm keine menschenseele ich glaube wir sind vielleicht drei oder vier paddler vorbeigekommen im laufe des tages bis jetzt ich glaube da kommen gerade auch wieder welche ach ja herrlich ich blende euch gleich auch mal ein paar drohnen bilder hier ein von der natur und 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 Wir haben jetzt hier schon Zwiebeln, Knoblauch und Salami klein geschnitten, hier kochen Die Kartoffeln, dazu gibt es dann noch Baked Beans und im Wasser, in dem Netz liegen noch die Bratwürstchen, damit die kalt bleiben Aber das wird bestimmt richtig lecker Hier gibt es Essen und, naja, was heißt gleich, dauert bestimmt noch eine Stunde oder so Mit Feuer wird leider nichts, der ganze Wald ist so trocken, das ist zu gefährlich Deshalb kochen wir jetzt hier auf dem Gaskocher Gleich gibt es dann noch ein zweites Bierchen Und noch ein Kräuterheillikör So lässt sich's leben So, Speck bzw. die Salami sind am Brützeln Die Zwiebeln sind auch schon drin Jetzt folgt gleich Kartoffeln, schon vorgekocht Und dann gibt's noch Bratwurst dazu Und Baked Beans natürlich Das sieht doch mal richtig gut aus hier Gleich noch kurz die Baked Beans auf den Gaskocher und dann gibt's lecker Happer Raus aus dem Corona-Wahnsinn, rein in die Natur Man hört hier den Spechthämmern, die Vögel zwitschern Achja, mit vollem Bauch hier in der Hängematte Das ist schön Ich mach hier mal ein Licht an Jetzt Wo ist das hell? Ja mittlerweile ist es hier dunkel Und ja, man sieht die Hand vor Augen quasi nicht mehr Aber die Sterne sieht man am Himmel Und ja, wunderbare Stimmung Traumhaft, sag ich nur Traumhaft Wir haben uns jetzt in die Hängematten gelegt Schön eingemummelt im Schlafsack Und ja, jetzt kann die Nacht langsam kommen Ich wünsche eine gute Nacht Bis morgen früh Schaut euch das an Ist das nicht toll? Hier sind wir heute Morgen aufgewacht Mit Vogelgezwitscher Herrlich Der Rucksack ist gepackt Unsere Nacht hier am See Mitten in der Natur Ist vorbei Wir fahren jetzt erstmal zur Tanke Lecker Brötchen holen oder so Und dann zu Hause ein bisschen ausruhen Mein Rücken schmerzt Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag Bis dahin immer gut Licht Tschö tschö